Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zuborock. Tja, und wenn dir das Video gefallen sollte, dann lass doch ein Like da. Würde ich mich wahnsinnig, wahnsinnig drüber freuen. Ähm. Wie war das noch? Irgendwie konnte man das machen, ne? Weil es keine starten Landebahn hat. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich hab keine Ahnung, wie das ging. Das reicht doch so, ne? Das ist alles. Hier warm ist es auf jeden Fall. Ähm. Nee, kann man nicht. Zwei von 20 Leuten. Das ist natürlich echt nicht viel, ne? Da muss ich mir sagen. Das ist echt magier, magier. So, hier oben wird gebaut, die groß. Wie weit sind wir da? Ja, jetzt sind wir schon ein ordentliches Stück hin. Hier ist das nächste Flugzeug schon sozusagen am Start. Das können wir auch gleich mal losjagen. Gleich verkaufen den Hobel. Fahr los, äh, flieh los. Wie auch immer. Fahrt man erst mal ein Stück, oder? Fähle ich's durch. So. Was haben wir hier? Hier wird noch Aluminium transportiert. Ach, die, ähm, die LKWs, die müssen wir auch noch mal zuweisen. Und wir haben hier ganzen Arschform, 17, 17 Stück haben wir hier rumlübeln. Die können wir bei Gelegenheit mal verkaufen. Gibt ja auch wieder Geld. Und da sagen wir ja nicht, nee, zu. So, und sonst verkehrstechnisch läuft, ne? Verkehrstechnisch funktioniert. Keine große Staus, kein nichts. Also, wie gesagt, noch nicht. Nee, es läuft alles. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. So, was haben wir hier? Hast du was mit? Nee. Fert leer. So, aber wir haben auch, glaube ich, auch... Jaja, das sieht ganz genau aus. Wir haben hier Leute, die hier hin und her, ähm, gebracht werden. Und ich fürchte fast, ich fürchte fast, dass das hier, dass unsere Bootsgeschichte hier, dass das nicht klappt. Dass das nicht hinhaut. Ich weiß nicht, wie viele Boote wir da fahren lassen müssen. Weil wir können so ein Boot ja auch nicht sagen, hier warten bis voll beladen. Das können wir, glaube ich, nicht sagen, ne? Wenn wir jetzt mal sagen, hier ist mal auf 9, Stopp. Dem ist das ziemlich egal hier. Mit denen mal zu... Würden... Nee, können wir nicht sagen. Können wir nicht sagen 100%. Können wir nicht voll beladen. Das geht nicht. Hm. Naja. Wir warten mal. So. Wie sieht das mit Arbeitslosen aus? Haben wir hier Arbeitslose? Ja, 300 etwas. Das ist natürlich klar, wo die herkommen, ne? Die sind ja hier oben. Da lümmeln sie rum. Die lassen uns mal schön in der Stadt verteilen. Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Dass wir hier noch vielleicht ein, zwei Busse uns organisieren. Also kaufen. Organisieren ist schlecht. Was haben wir, was grünes, was blaues, was rotes? Oh, was grünes. Das sind immer zwei rote. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Hat aber irgendwie nicht gespeichert, komischerweise. Verraht mich nicht. Warum? So, dahin und einmal hier hin, ne? So. Kopier den ganzen Franz mal hier auf die nächste Stelle. Fahr los. Wie hot. Der kann auch rot losfahren. Dann seid ihr unterwegs. Die roten. Die roten Renner. Letzte Chance zu kaufen. Ach, du Himmel. So. Wie gesagt, heute ist Osterhasen-Tag. Sollt ihr noch großartig zur Familie und vielleicht da noch ein bisschen Ostern feiern? Oder macht ihr das zu Hause alleine? Wie läuft das bei euch? Also hier ist voll, ne? Hier ist echt alles voll. Das ist echt, das ist genial. Das freut mich total, dass es hier läuft. Sieht gut aus, ne? Kann man nicht meckern. Also, ne? Leute werden hier bedient. Überall sind Arbeiter drin. Bester Kram. Was will man mehr, ne? Upsala. Und das löppt. Hier wird gebaut. Was macht der denn hier? Der Dussel. Was will der denn jetzt hier? Der weiß ganz genau, dass er hier nicht fahren kann. Was sind das hier? Busse? Mit... Da spielt er Arbeit drin. Die Wahnsinn. Na, ist fast fertig, ne? Das Ding ist fast fertig. Das ist großartig. Auch nicht schlecht. So, das Schiff, äh, das, äh, Flugzeugen wir verkauft. Hier unten waren wir drin. Wann haben wir jetzt immer mal gucken, was ist hier oben denn noch? Was haben wir hier oben denn noch? Aber das mit dem Strom da oben, das ist immer noch zu Hause Ostern. Ja, genau. Ja gut, ich meine, man hat ja auch nicht extrem viel verschiedene Möglichkeiten, ne? So. Was haben wir sonst hier noch? Ist hier noch Benzin haben wir hier tonnenweise drin. Aber Bitumen ist ein bisschen knapp. Aber ich glaube, da war gerade das Schiff da, ne? Mal gucken, wo sind die? Schiffi. Da ist einer. Da kommt wieder zurück. Der holt Benzin. Der ist uns da. Ist der andere Knecht irgendwo. Wo ist der denn jetzt hin? Die haben wir garantiert übersehen. Da ist er doch. Hier, guck. Bitumen. Bitumen. 600. Mit Dollars. Mit Dollars gehen wir mehr, ne? Ich meine Dollars. Ja, wir machen ja viel mehr mit Rubelhubel, ne? So, die Sonne geht wieder runter. Und das ist, wie gesagt, immer noch das Schönste hier an dem Spiel. Die Sonne geht an der Stelle unter, wo sie aufgeht. Ich glaube, wir wohnen hier auf einer Eischolle oder sowas, die sich immer hin und her dreht. Die dreht sich immer zur Sonne. Na gut. So, das haben wir. Hier ist auch gut. Da kommt ein Flieger rein mit 20 Touris im Oktober. Dann wird das langsam kalt, ne? Dann fangen wir langsam an zu frieren. Was ist denn hier los? Irgendwie sind wir da. Zwei Schiffe sind da, warten vor sich hin. Oder, ne? Dicht aufeinander. Hier sind die Touris. Was hast du mit? Ein Passagier. Also die Strecke los ist irgendwie gar nicht, ne? Würde ich mal sagen. Irgendwie gar nicht. Na gut. So. A2, aber zwei Arbeiten ohne Job. Oh, hier haben wir auch Probleme mit ohne Job. Und hier haben wir Probleme mit Licht, ne? Mit Strom oder mit dem gerade, da ging gerade die Straßenlaterne. Okay, alles gut. So. Hier sind massenhaft Touris drin. Wie ist denn gerade unser Ranking? Okay, noch unser Ranking. 2,7, 4,0. Das ist gut. Wessis sind gut. Die sagen, das ist cool. Unsere Sowjetzikollegen. Die müssen wir noch ein bisschen weiter ranholen hier. Mal schauen, was wir da machen. Auf dem Ladebildschirm steht manchmal, echt? Fred, stimmt das? In unseren quadratischen... In unserer quadratischen... In unserer quadratischen... Wir haben jetzt abgeerntet, ne? Ja, ich glaube, alles ist weg. Dann können wir hier oben die Karren auch nochmal austauschen. Und zwar, wir haben hier ja... Wir haben... Irgendwo... Da sind sie doch. Also ich weiß, es ist dunkel. Dunkel ist auch so ein bisschen ein Problem, aber naja, gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. 1, ne? Nein. 2, 3. Och Gott. 3, 4, 5. Ach, Mensch, das ist mal diese Sache, ne? 5, 6. Und ein mehr noch. 7. Wir haben ja gesagt, wir wollen alle Fahrzeuge austauschen, die wir haben. Die alten Gurken. Da kommen die ganzen neuen rein, die sind schneller und können auch natürlich mehr laden, ne? So. Verkaufen. Ja, aber sicher. Nächster. Komm mal so weit weg. Sehr gut. Verkaufen. Nächster. Ich mach mal wieder Pause, kurze Sekunde. Verkaufen. Ach, Mist. Verkaufen. Verkaufen. Oh Gott, das dauert auch ein bisschen, ne? So. Verkaufen. Verkaufen. Und den letzten auch noch gleich. Dann haben wir das nämlich durch. Yes. So. Fahrzeuge. Depot. Ach nee, muss ich da oben hoch, ne? Ach, gut. Wunder. So. Mal kurz da hin. Warte mal. Was ist mit meiner Maus los? Hallo? So. Ein bisschen rauszoomen. Da soll man nämlich hin. Da hin. Fahr los. Fährt er los? Er fährt los. Hat er nicht. Sehr gut. So. Nächster. Fährt los. Sehr gut. Nächster. Fährt los. Restaurant. Der noch. Der auf jeden Fall noch. Der noch. Und der hier auch noch, ne? Zack. Haben wir die auch schon bedient? So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Kisten, die wir auch noch mal tauschen wollen. Was ist das hier? Das ist ganz normal, ne? Ja. Was haben wir hier? Ein, zwei. Das ist ein Kühlwagen, ne? Das sind kühlös. Ne, sind wir uns gar nicht. Ganz normale. Aber das sind hier, was nehmen die mit? 17 Tonnen. Und die nehmen? Ja, nehmen wir mal, dass die wir die haben, ne? Komm, hat der noch 20 Tonnen drin, ne? Was ist hier denn los? Ach, der fährt. Oh, okay. Da ist noch einer unterwegs. Sehr gut. Was hat der? Nichts. Nicht, dass wir hier irgendwo auch so sehen, ein Kühler. Weg nehmen. Da haben wir noch mal fünf. Sechs sogar. Sechs. Oh Gott. Sollen wir mal zurück hier. Und wie finden wir das sofort? Da. Wir haben noch eins, zwei, na? Straßenwartburg. Nein. Na, guck mal her. Den, den. Und. Na, den. Gehen. So. Gucken wir die auch mal rausnehmen hier. Ich weiß, das dauert da so ein bisschen, aber. Ihr wisst ja selber. So läuft das, ne? So. Da nochmal. Der kommt auch weg. Auch wenn der 120 fahren kann. 100 läuft er bloß. Na gut. Die waren früher mal modern. Jetzt nicht mehr, aber, ne? Die letzten, das sind wir drin. Dann nochmal hin, wo wir hin müssen. So. Da waren wir hin. Ähm. So. Nächster. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. So. Siehst du, da haben wir die auch durch. Großartig. Jetzt können wir weiterfahren hier. So. Die haben wir auch durch. Haben wir die auch neu. So. Was ist hier los? Hier läuft die Produktion Vollgas voraus. Das ist großartig. So. Da fehlt noch Fleisch. Aber da fahren wir auch weg, ne? Fleisch fahren wir auch weg. Das ist hier noch was drin. Das Ding ist voll. Aber so weit wie wir verteilen, ist ja wunderschön. Und das wird auch hier an die Grenze gefahren. Ähm. Hier ist auch wieder, ne? Schau und stoppener Verkehr. Pause holt rein. 33 Touristen werden sofort abgeholt. Kleine Menge an Touristen wollen abgeholt werden. Natürlich werden wir das. Das machen wir doch auch. Hallo. So. Es wird gleich wieder kalt. Und dann haben wir gleich wieder Winter. So. Aber was hast du mit? Nichts. Hier wartet auch nichts, ne? Warum hat die beiden, die fünf Schüler nicht? Ach, die Schüler nicht mehr gleich mit, ne? Die nimmt ja gar nicht mehr mit. Aber da haben wir einen Bus fahren. Der hier so ein bisschen noch näher, äh, gurkt. Hat auch nichts mit. Fährt leer. Ist auch schön. Oder nicht schön. So, das funktioniert. Aber wie gesagt, ne? Leute kriegen wir rein jetzt. Die Hotels laufen. Wenn wir auch einen richtig schönen Umsatz mit der Tourismusgeschichte machen, wäre das ja mal richtig toll, ne? Können wir das irgendwo sehen? Äh, wird gespeichert. Sekunde. Äh, so. 320.000 knapp im Westen. Das ist super. Das ist okay so. Könnte mehr sein, ne? Aber, na gut. Wir können es nur nicht, ähm... Da sind keine im Warten. Wir sind keine im Warten. Das ist das Größte. So, jetzt müssen wir nach oben. Gab es irgendwie ein Update? Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, ob da ein Update gekommen ist. Straßen, Straßen, Straßen. Trollibus. Ne, war kein Update. Aber es sollte eigentlich bald kommen, ne? Das Update sollte eigentlich bald kommen. So, wie weit seid ihr hier? Kein Bauamt zugewiesen. Ach, du Himmel. Jetzt haben wir doch wieder ein Problem. Weil die... Weil da keine Straße ist, bestimmt, ne? Weil da 100 pro keine Straße ist. Können sie das nicht fertig machen? Müssen wir so machen. Mit Rubel. Wir haben das Geld, ja. Mein Gott, wir haben das Geld. Das ist genau wie unten. Das müssen wir auch fertig machen. Die können da nicht hinkommen, weil wegen keine... Ähm... Keine... Zufahrt. Das fehlt, ne? Die kommen nicht... Ich weiß nicht, ob... Ich wundere mich, dass die darüber nicht zu fahren können. Aber na gut. Ein Gebäude brennt. Was brennt denn da? Eine Fabrik. Verarbeitungsanlage für Kohle. Da ist auf jeden Fall Feuerbedarf. Warum wir gar nicht gucken? Das kriegen wir hin. Das weiß ich. Ich hoffe, das ist mal schwer jetzt auch. Kann man nur. Darf man nicht. So. Fertig, fertig, fertig. Sehr gut. Gebäude ist ohne Strom. Sag mir, sowas Schlimmes nicht. Ich... Also, ne? Das kann nicht sein, dass es ohne Strom ist. Oh mein Gott. Haben wir irgendwo einen Verteiler? Wir brauchen irgendwo einen Verteiler. Ein bisschen. Ein bisschen Strom brauchen wir hier. Hier ist bestimmt auch kein Saft, ne? Nein, hier ist kein Sturm. Aber das macht nichts. Das geht auch ohne. Also, ne? Genau oben. Da brennt der Kohlebunker. Jetzt ist ich mich wie die Wilden am Feuern. Bei Feuern. So. Das funktioniert. Das ist super. Jetzt müssen wir natürlich nur noch sehen, dass wir hier Flugzeuge zu landen kriegen. Aber wir brauchen noch Saft dahin. Irgendwann brauchen wir Strom. Ich weiß nicht. Oh, hier ist ein Verteiler. Uh, da ist ein Verteiler. Sehr gut. Strom, Strom, Strom. Strom, Strom, Strom. Ja. Einen ganzen Anschluss haben wir da noch. Dann legen wir doch mal Strom hier oben hoch, wa? Dann legen wir doch mal Strom da oben hoch, du. Kein Problem. Ach, der hatte doch von beiden Seiten Anschluss. Okay, das habe ich jetzt nicht. Also hier der Flughafen, dass der von beiden Seiten Anschluss hat. Hm, hätten wir von beiden Seiten auch Anschluss machen können. Na gut. Nuh ist egal. Nun haben wir das so gemacht. So, jetzt wollen wir mal Strömchen hier ran. Strömchen. Landebahn ist im Weg. Oh mein Gott. Oh, ihr könnt hier unten runter. So. Wir bauen so ein bisschen um die Ecke rum. Gebäude ist im Weg. Gebäude ist im Weg. Rollbahn, Landebahn. Alles ist im Weg. Super, jetzt kommen wir da nicht mal hin. Wir wollten mir doch verkohlen, wa? Ja, einfach mal auf hier. Wir planen mal. Komm hier. Oh, wir kommen hier durch. Ich glaube das ja nicht. Rollbahn, Landebahn. Wir können nicht immer den, was? Wir kommen nicht immer Landebahn weg. Ach, du Himmel. Da müssen wir jetzt einmal drum rum bauen, oder was? Ach, du Schande. Ja, dann würde ich sagen, löscht das mal nochmal, ne? Machen wir doch mal neu. So. Jetzt weiß ich nicht, wo mal da zwei. Rollbahn, Landebahn. Ja, ich baue schon draußen rum. Ich gehe einmal hier rund rum. Die kriegen uns nicht in die Haare. Alles gut. Oh Gott. Ich und mein Strom, ne? So, bis dahin. Jetzt wollen wir mal Strom abreißen. Und zwar. Machen wir denn hier Strom da? Ah, siehst du. Machen wir ja. So, weg mit Shit. Haben wir. So, und jetzt nochmal hier ran, ne? Wieso willst du denn jetzt sagen, Rollbahn und Landebahn ist im Weg? Anders gut geht's, oder was? Das ist ja wieder... Na gut, baue mal. Baue mal. Jetzt haben wir hier Strom, ne? Strömchen. Oh, super. Das ist doch, ne? Ja, schön. Was brauchen wir? Flieger? Fluchzeuge. So. Aber ich fürchte fast, das wird immer weniger werden. Was ist das denn hier? Ne, nur, nur ein paar Seriere. 120, genau, den nehmen wir, ne? Die große Mühle. Was brauchen wir da? 870 Meter haben wir. Gut, da brauchen wir ein paar von, ne? Neuer Stopp. Dahin und außerhalb der Sowjetgrenzen. Richtig? Richtig. Leute, den Hürtfeld freut. Mach dich vom Acker. Der nächste Stück kann kommen und zwar wieder so eine. Wir machen da zwei Stück, ne? So, den hier. Und da hin. Hürt. So. Fluchzeugeinfarkt. Ja, das wird bestimmt kommen. Das wird bestimmt funktionieren. Das kriegen wir ja hin. Das haben wir, das kennen wir ja. Das ist ja nichts Neues. So, was haben wir hier? Elektronik. Mal sehen, dass wir hier unsere Rosinenbombe mal abschaffen. Dass der Transport hier aufhört. Dann müssen wir halt eben sehen, dass wir das per Zug da irgendwie hinbekommen. Hier oben hoch. Weil das, da haben wir noch Luft. Da ist noch nichts in, in, in. Also da brauchen wir noch nicht wiederbeleben. So, wir brauchen noch fleißig LK-Wagens. Was haben wir denn sonst hier noch? Ähm, Bauplan. Kaufanbau von Ruhl. So, was haben wir sonst hier noch? Offene. Was ist denn? Kühl, 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 kühl. Na, da haben wir nichts Neues. Schade. Da ist nichts Neues. Hier, 18, 1990. Ich glaube, ich hoffe, da kommt da was Neues. 94, ist da noch ein kleiner. Naja. Aber es soll so bleiben erstmal. So. Weil Autos haben wir auch genug. Das funktioniert auch. Er steht hier rum und wartet und hofft, dass die Welt besser wird. So, hier haben wir noch genau 18 Stück haben wir drin. Er kann ruhig mal losfahren, ne? Unser Zug. So. Wo ist denn der? Der hier, ne? Eisenbahn-Fertigungslinie und Zollhaus. Ja, Hü-Hot. Fahr los. Das kriegen wir hin. So. Das funktioniert auch großartig. Haben wir hier noch viele Arbeitslose. Drei ohne Job ist nicht so schlimm. Einer ohne Job. Wir können jetzt auch mal hier gucken, ne? Äh, da. Arbeitslose. Was haben wir hier? Waren gestern arbeitslos. Was haben wir hier? Drei sehen. Oh, hier sind drei sehen. Drei sehen ohne Job. Warum denn das? Haben wir hier keine... Doch, haben wir doch zugewiesen. Warum lauft denn da nicht hin? Leute. Hm? 28. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Warum, äh... Die ist auch schön verteilt, ne? Die laufen überall hin. Mann, 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 no. Muss man das nicht immer sagen? So, hier ist alles gut. Was ist hier denn noch? Hier sind noch bestimmt... Oh, hier summiert sich das ein bisschen. Ganz dezent. Also groben, ne? 1002... Ja, mhm. Aber es gibt Schlimmeres. So. Hier fahren noch zwei Busse hin und her. Du weißt nicht, warum hier... Wir Probleme mit dem Strom haben hier immer noch. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch gar keinen Export mehr. Null Strom wieder da. Aber die Dinger laufen auch, ne? 28 MW Strom. Na, kann sein, dass es nicht ganz so windig ist, oder? So, gucken wir mal, was ist hier los? Keine Sportart. Teilnehmen. Sportart. Wir haben doch hier Sport. Oh. Oh. Die wollen alle Basketball spielen. Keine Fußballspiele, sozusagen. Schade. Okay, da müssen wir auch noch was machen. Wir müssen mehr Sportaktivitäten hier einbauen. Du meinst, die Leitung ist zu klein. So, wenn ich jetzt rauskriegen könnte... Gebäude Eigenschaften hast du nicht gesehen. Gehen drum, 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 Leistung. Hier ist ein Verteiler. Das kommt alles hiervon. Von alles hiervon. Und hier müsste normalerweise genug Krams da sein. Einen Anschluss haben wir da noch. Das ist ja kurios. So, mal schauen. Haben wir hier oben auch irgendwo einen Anschluss? Kann ich jetzt doch hier. Warte, warte, warte. Da. Ne, die machen doch Strom hier. Guck das mal an. Und die verteilen das doch auch gleich. Zeitig. Das soll man erstmal verstehen, du. Habe ich hier noch... Habe ich hier nicht irgendwo noch einen... Verteilerkasten rum, da ist einer. Hier. Äh, das kommt ja nicht hin. Wo ist der Verteiler? Da irgendwo. Wo ist der hin? Hier. Ne, was ist hier los? Das, Alter. Guck mal da. Hier ist alles Tuti. Ich kriege das alles abgedeckt. Das ist alles kein Problem. 43 Prozent. Okay, das ist knapp, ne? Viel, aber sonst. So, mal raus hier. So, wir haben 87. 87. Sehr cool. So, hier sind immer noch arbeitslose. Aber die versuchen wir ja wegzukarren. Die Wahnsinnigen. Hierhin. Die werden wir hier aber auch nicht los. Und der holt hier die Arbeit ab und bringt die da oben hin. Och, Leute. Was macht der denn für den Mist? Ich müsste es ihm sagen, hier nicht abholen, ne? Das ist, äh... Ich muss es mal ändern hier. Stadt. Nicht beladen. So. Hier genauso, ne? Altstadt. Nicht beladen. So. Und er hier? Stadt. Nicht beladen. So, nun mal ist es raus. So, Feuer ist gelöscht. Oh, das wurde bei Zeit, ne? So, wir haben drei Busse, ne? Drei Stück waren es. Im Ganzen, mehr waren es nicht. Dann hoffe ich mal, dass das klappt. Dass sie hier abladen und hier auch warten. Und nicht einfach... Einfach wegfahren. Was hast du mit 110? Gut, das wollen wir uns einmal anschauen. Ach, ja. Wird nicht mehr. Das ist doch jetzt doof, dass das nicht funktioniert. Ja, dann müssen wir... Dann müssen wir unfreundlicherweise irgendwie hier noch ne... Oh, wie soll ich das denn machen? Hier noch ne Bahn hinbauen? Das gibt doch 100% Gehacke. Das gibt 100% Gehacke hier. Und jetzt läuft das so schön mit den Trams hier. Das läuft wunderschön. Dass wir da die Leute runtergekarrt kriegen. Aber jetzt haben wir hier das Problem... Wir können ja nicht mit dem Bus da runterfahren. Wie lange dauert das denn? Das ist jetzt Panne. Da haben wir Leute mit, ne? Natürlich, bis voll. Jetzt willst du da hin und grünen die Leute. Jetzt lädt ein paar Leute aus und neue rein. Also da haben wir ein kleines Problemchen. Aber das reden wir nach der nächsten Folge. Da würde ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und ich würde sagen, ja, bist du nicht mal. Ich bin draußen. Tschüssi.